ja hallo und herzlich willkommen die freunde des guten geschmacks und herzlich willkommen zu einer weiteren folge meines wohnzimmerrapports von angesichts 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 zu internet ja und diesmal ist es wirklich ein echter wohnzimmerrapport ihr seid hier wirklich bei mir im wohnzimmer und könnte ich mal ein bisschen umgucken ich hoffe es ist nicht zu unordentlich ja warum mache ich dieses video ich weiß noch gar nicht wie ich den titel genannt habe das werdet ihr dann natürlich jetzt schon wissen wenn ihr dieses video seht ich habe mir einen kindheitstraum erfüllt und zwar die geräusche hier im hintergrund die kommen von meinem kindheitstraum ich setze mich mal hin einfach damit das hier ein bisschen entspannter wird und zwar meine ersten kontakte mit der gamingwelt sind mit dem commodore c64 entstanden und damals war es nicht so dass jeder irgendwie so ein mega pc oder irgendwie eine next gen konsole irgendwie im wohnzimmer hatte sondern es waren nur wenige auserlesene berühmte menschen zu sagen ja ihr kennt das vielleicht also vor allen dingen die die älter sind unter euch also es waren einfach wenige kinder die so eine dattel kiste zu hause hatten und da hat man sich dann immer getroffen und wie vor dem lagerfeuer dann quasi gesessen und hat den joystick immer umgehen lassen ja viele die ein bisschen jünger sind als ich kenne das vielleicht auch noch von der playstation 1 oder so ja oder dann hat man sich in der videothek oder so eine playstation 1 ausgeliehen heute ist das alles ein bisschen anders heute ist jeder online und jeder bleibt zu hause und dattelt für sich alleine jetzt habe ich im internet gesehen dass es einen ja ein remake gibt vom commodore c64 der ein oder andere wird jetzt sagen so was die für der alte hut es kann sein also es ist einfach völlig unter meinem bildschirm alles abgelaufen unter meinem radar besser gesagt und ja ich bin ich zufall darauf gestoßen ich habe jetzt auch nicht aktiv gesucht aber ich bin durch zufall darauf gestoßen und habe es mir spontanerweise bestellt das ding ich zeige es euch gleich das wird das erste unboxing video auf b seiten gaming ich finde so unboxed videos eigentlich immer ein bisschen merkwürdig aber ich wollte euch doch mal mitnehmen denn es wird auch kleine let's plays oder vielleicht ein stream oder irgend so ein blödsinn dazu auf dem kanal geben ich weiß noch nicht was für ein spiel man da nimmt und so weil es ist eigentlich nichts was man so richtig bringen kann zumindest glaube ich nicht das ist so für meine crowd irgendwie unbedingt das richtige es gibt ja wirklich youtuber die das wirklich zum inhalt haben so retro gaming was auch total cool finde und dann immer wieder reinschaue weil es irgendwie witzig finde auch gaming ist mittlerweile ein historisches phänomen kann man sagen haben jetzt ein viertel jahrhundert locker ach viel länger schon 40 jahre oder kann man das so sagen ich weiß es nicht und ja mal sagen wann er meint wann es angefangen hat ich glaube wie heißt dieses dieses tennis spiel pong wie ist das ping oder pong glaube ich was mit dem ich glaube im oszilloskop oder so hat man das damals gebaut naja warum zeige ich euch das weil ich weiß die meisten von euch sind ja wesentlich jünger als ich einfach weil vielleicht habt ihr einen vater oder so wenn ihr richtig jung seid quasi der so alt ist wie ich oder vielleicht auch ein tag älter also ich war damals ich glaube zehn oder so als ich neun oder zehn irgendwie so schätze ich jetzt einfach mal ich kann kann weiß es ehrlich gesagt nicht mehr genau mein cousin mein großer cousin der hatte so ein commodore habe ich meinen ersten ubo simulator drauf gespielt silent service war das damals teacher buster mochte ich total gerne goonies und 8000 sachen mal gucken wir werden dann die games die bei diesem ding dabei sind dann alle mal durchgehen jetzt erst mal zum unboxing das ding gibt es in zwei varianten es gibt einmal den mini c64 mini das ding heißt auch nicht c64 weil es nicht in lizenz von commodore produziert ist sondern ja die haben das quasi selber gemacht und von daher heißt das dann c64 aber es sieht zumindest aus wie das original den gibt es als mini für ein paar 80 euro irgendwie so bei amazon könnt einfach mal gucken wird c64 mini und ja das ist so ein kleines handliches ding von der performance ja also wir reden da von einer technik die ich weiß nicht glaube acht bit sound ist das und 16 kilobyte ram oder so oder 64 kilobyte ram deswegen mit der c64 heißen denke ich mal 64 kilobyte ram wahrscheinlich irgendwie so ne also es sind zahlen die sind heute absolut witzlos aber vielleicht ist es deswegen nicht weniger interessant gibt es wie gesagt einmal 80 euro in dieser mini variante sieht genauso aus wie der c64 damals nur eben in sehr klein und ich finde es ist ein geiles geschenk also falls ihr irgendeinen alten herren habt bei euch in der familie vielleicht ein onkel vielleicht ein vater oder vielleicht ein alter arbeitskollege vielleicht deine geschwister oder so mit denen du damals gespielt hast ich wusste es wie gesagt nicht dass es dieses ding gibt und von daher möchte ich das einmal vorstellen ich habe mir den maxi geholt einfach auch weil ich das vorführen wollte weil ich dieses ganze c64 feeling haben will also machen jetzt ist unboxing und dann mache ich glaube ich einen schnitt und dann machen wir so screen mäßig let's play mäßig und gucken uns mal das menü an und so weiter ja also es geht los jetzt kann ich mal gucken wir haben erst mal eine tasse kaffee von mir und mein telefon und so weiter ich habe so um stimmung zu machen hier seht ihr übrigens mal einen gamingplatz mal von der seite unten sky und dann ist da drunter eine olle playstation 4 die ich überhaupt nicht benutze ja ich habe hier mal so einfach so ein paar retro games laufen richtig geiler uled fernseher so hier sind wir jetzt das möchte ich euch mal zeigen ich habe das bestellt war ich habe meine daten mal nicht geschwärzt sondern blau gemacht wie man sieht ich habe das bestellt bei trend planet nicht dass ich mit denen eine kooperation habe wie ich das mittlerweile weiß das influenza haben ja irgendwelche kooperationen mit irgendeinem schmodder ich mache das nicht weil ich mit denen eine kooperation habe sondern weil die hier so einen zettel drauf geklebt haben von daher kriegen die von mir einen fetten thumb up und ein bisschen support bitte bewerten sie uns bei amazon ist doch süß oder mit so einem bonbon finde ich total klasse ja man muss auch einfach mal ein bisschen sich was ausdenken und dann kriegt man auch gute rezession ja ich werde die auf jeden fall gut bewerten finde ich klasse kam auch super schnell das ding jetzt innerhalb von ein paar tagen gut das heißt working keyboard na so sei das ding damals ausguckt hier steht wird 164 hier zack das werden wir zocken auf jeden fall kann ich vorher die alten haurigen unter euch werden jetzt sagen ja geil das ist double dragon hier weiß ich gar nicht es sind die meisten spiele sind in die krepp muss man sagen wie mache ich das in einem anderen ich habe noch nie ein boxen gemacht wir müssen wir aufstehen hier seht ihr die spiele es sind 64 spiele dabei aber auch ein grund warum ich oder war fahrer war der tomatensoße ich habe gerade auch ein grund warum ich weiß das geil warum ich mir ich muss das noch mal sagen warum ich mir das große ding geholt habe ist ihr habt da einmal eine funk voll funktionsfähige tastatur und ihr könnt über usb stick spiele reinstecken es gibt eine seite die heißt archiv punkt org da kriegt ihr die ganzen c64 games könnt euch runterladen auf den stick machen an die seite rein und konnte eigentlich alle c64 games spielen die ihr als kleines kind vielleicht nicht spielen konnte weil die die diskette nicht funktioniert oder so also weiter geht's ganz wichtig immer der geruch kennt ihr das oder wenn ich wenn ich mir neue spiele gekauft habe also brettspiele strategie spiele rollenspiele oder so kennt ihr diesen mann dann diese packung aufmacht wie das dann riecht ist das geil ich finde es so mega oh ja oh ja das fühlt sich sogar richtig 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 nice an er ist sound mäßigen knaller halten also wer auf so acht bit sound steht oder so sieht das aus das ist wirklich wie das originale gehäuse und hund von beim hund mein hund hat jetzt auch so und hier habt ihr nämlich dann so usb ports da ist der einschalter ja habt ein hdmi anschluss und so ne also alles auf den neuen stand man könnte sich natürlich auch so eine alte kiste kaufen aber ja das ist einfach praktisch ist ein schluck kaffee so und es ist auch ein joystick dabei das ganze ding kostet 200 euro also relativ teuer also eigentlich hätte ich mir auch das kleine ding aber ich will halt games auch auf dem stickladen deswegen habe ich mir die teuren geholt und ich hatte einfach weißt du und viel von euch wenn jetzt sagen so er was die bescheuert 200 euro für so einen alten rechner der von den technischen stats halt so ist wie es gibt überhaupt nichts vergleichbares heute ich glaube eine maus hat mehr mehr rechenleistungen als als dieses ding heute ich weiß es nicht ja ihr müsst wissen das ist so wie ich mal letztens ein motorrad gekauft habe relativ spontan baujahr 97 das sind solche traumata die ich jetzt immer in meiner mittlere kreis aufarbeitete man muss muss man irgendwann mal machen also da kann sich vorsahre und kann turismo war waren anziehen ohr kommt wie sorgt weltklasse noch mit senna bei bei mclaren und so richtig richtig geil okay genau ein joystick ist dabei auch mega oldschool die buttons auch cool also und eben usb anschluss richtig cool dann habt ihr hier so so knöpfe ist noch damit steuert ihr dann das das menü was wir uns dann gleich angucken werden schutz schutz und über das gute stück genau und ich habe ich habe so ein ding nie gekriegt also mein privates gaming leben ging dann los mit vergangenheit trifft die gegenwart ja das ist eigentlich alles dabei was ihr braucht um los zu dann ja meinen gaming leben ging dann los mit materie st ich hätte lieber eine amiga gehabt aber ich hatte ein software techniker also ein programmierer als vater und dem man halt so die technischen daten wichtig und da war der atari st besser einen extrem guten soundchip hat da so lange lange nach der ära des atari eigentlich haben auch so techno heinis dann noch mucke gemacht mit nun hier ist es ein bisschen tomatensoße drin da wird martin erst hier ich mich so drauf sind knaller ihr könnt falls ihr wünsche habt was wir zocken schreibt das mal ja so ach das fand ich damals toll oder ach das lief nie richtig oder so ja und dann bin ich mal gespannt also ich werde auf jeden fall ein paar ein paar streams machen oder ein paar videos ich glaube streams sind irgendwie lustiger oder ja also die anleitung ja ja also noch mal dazu meine gaming karriere ging dann los mit dem atari st und amiga habe ich nie gehabt und ich mein traum war natürlich ein commodore und dann musste ich musste man ja immer zu irgendwelchen leuten hin die in commodore hatten also ein c64 und man ist auch nicht immer zu leuten gegangen die man gehofft ihr hatten aber halt eine daddelmaschine da zu hause ja waren andere zeiten hat ja so die jugend von heute die kann sie können sich das überhaupt nicht vorstellen was das für uns kids damals bedeutet hat das ding und wenn man das dann so sieht halt hier so die grafik es ist halt es ist halt total unterirdisch aber ihr müsst euch vorstellen dass ihr das gab es ja gar nicht vorher dass ihr kann das überhaupt nicht aber also mit der holzeisenbahn matchbox autos und in welchen actionfiguren gespielt oder so und auf einmal kannst du dann so bunte bilder offen offen fernseher bewegen und so das war einfach sensationell also ganz anders als glaube ich klar ist so die ersten erfahrungen immer geil ja die man die man hat aber ich glaube wenn irgendwas so affenartig neues auftaucht heute sind ja einfach durch so die kids na so an effekten und grafik hast ja schon alles gesehen also wie willst du denn heutzutage noch jemanden mit guter grafik beeindrucken und ich werde euch ein paar spiele zeigen die damals wirklich grafisch richtig geil waren wenn man die heute sieht denkt man sich so ja und auch spielerisch sind die spiele meistens ziemlich einseitig als meiste sind also sidecrawler jump and runs ja oder so space invaders mäßig und dann hört es eigentlich auch schon wieder auf und man hat dann ganz oft einfach nur irgendwelche themen quasi auf das so drauf gesetzt und dann ist es halt was sich airwolf oder so airwolf auch ein knallerspiel also freut euch auf richtig geile mucke vor allen dingen und auf ein bisschen trashige games ich hoffe ihr habt da spaß im format und jetzt gucken wir mal in das interface rein wie alt wird dein Kind bevor du bingst ein computer wie alt wird dein Kind bevor du bingst ein computer high school wenn er eine kartein elementary school wenn sie kann entweder fall behind oder leap ahead oder pre-school so ihr lieben da sind wir jetzt an meinem gamingplatz da werde ich euch auch noch mal ein bisschen rumführen damit ihr mal seht was ich hier so für ein equipment verbaut habe ich bin ein bisschen stolz auf meinen zockerplatz den ich mir neu eingerichtet habe mit einem neuen schreibtisch und so weiter ich würde sagen wir fangen einfach mal an also hier haben wir monitor nummer zwei das ist ein billiger samsung monitor der so für streams und so ist hier haben wir wo auch gleich dann das c64 bild quasi läuft hier ist mein haupt gaming monitor ist ein argon irgendwas ist ein 2k monitor hat ein echt geiles bild und ist ein guter monitor ist nur leider kein oled von daher werde ich da mittelfristig glaube ich ich mal umsatteln weil ich nämlich voll der oled fan bin hier ist meine webcam hier ist mein headtracker da im hintergrund seht ihr mein stream deck und jetzt habe ich das alles hier so schön verlegt alles hier ist mein gamepad xbox pro controller mein headset für die werbung jetzt hier war ich krieg da leider nichts für mm x 300 ist ein bayern dynamic gaming headset hier ist mein throttle für flugsimulatoren ist der warthog von thrustmaster hier ist der dazugehörige stick ist aktuell der aufsatz für die fa 18 hornet drauf ich habe noch einen aufsatz für die f16 und die a 10 c warthog hier unten sehe ich meinen desktop pc habe auch so ein bisschen lichtspielereien das ist aber von vom mainboard also ich habe da nichts extra eingebaut ist ein weiß ich was das für ein gehäuse ist ihr seht ich habe auch einen weißen tisch und so ist alles weiß aber ich habe eine relativ kleine wohnung hier sind meine ziemlich geilen pedale von thrustmaster auch ja dann auch ein weißes mousepad und so weiter gaming mouse die hoffentlich nicht ganz so dreckig ist hier mein mikrofon und hier ist der c64 ja der dazugehörige joystick den haben wir hier er wird hier an der seite angeschlossen und ich hoffe man kann es jetzt sehen hier wird dann das so das netzteil und die hat das hdmi kabel angeschlossen ich würde sagen wir fangen einfach mal an und ich drücke jetzt den power knopf da leuchtet dann das rote lämpchen und dann würde ich sagen gehen wir einfach mal ins game also in das c64 bild und da ist es so willkommen im witzel 64 ja also ich hatte es schon gesagt es sind 64 spiele werden da mitgeliefert es ist eine ja mittelmäßige auswahl würde ich sagen viele viele games kenne ich nicht ich hatte es schon erwähnt für mich ging eigentlich so das richtig intensive gaming erst mit meinem atari st 1040 f los der ja so vom vom repertoire genauso war wie der amiga eigentlich es gab das ein oder andere spiel was nur auf matari oder nur auf dem amiga gab aber letzten endes nahm sich das nix von daher kenne ich viele c64 gar nicht mehr wir gehen einfach mal durch ich würde sagen vorher möchte ich noch mal hier rein wir gehen wir gehen einfach mal gab es dann immer so geheime trips gib mal 0,8,1 ein und so weiter also die alten hasen unter euch ich erkenne das wir bleiben aber im karussell einfach um mal hier durch die spiele durch zu zappen so da fangen wir einfach mal an und wir werden jetzt in dieser folge hier auch mal in ein spiel reinschauen und ja aber nur mal kurz es geht es darum einfach mal die auswahl der spiele euch zu zeigen dann wer sich den text in ruhe durchlesen möchte drückt einfach mal pause ansonsten gehe ich durch wie gesagt die meisten spiele kenne ich gar nicht attack of the mutant camels okay was zum teufel ah man spielt wahrscheinlich dann irgendwie ein kamel oder was ja sieht so aus ich wusste jetzt nicht ob man einen kamel bekämpft oder einen kamel spielt oh was ist das avenger finde deinen stiefwarter und hol dir schrift wollendes bösen jammen und ketsuin zurück deine suche beginnt außerhalb von quench hart keep das klingt doch ganz interessant soll man sowas mal spielen weiß ich nicht battle valley es gibt relativ wenig spielkonzepte tatsächlich auf dem c64 auch wenn die auswahl der titel mannigfaltig wirkt so hier haben wir zum beispiel ein klassisches donkey kong spiel ja also da gibt es halt ganz viele von ja es gibt super viele jump and runs es gibt super viele side crawler sowas in dieser art jetzt wie boulder dash gibt es viel ähm ja also es sind die themen wirklich mannigfaltig sag ich mal aber die konzepte das werden wir auf jeden fall mal zocken vielleicht zocken wir da gleich mal rein wenn wir einmal durch sind also california games war wirklich eins meiner absoluten lieblingsspiele damals es ist unzählige stunden mit kumpels zu vier zu fünft da gesessen genauso natürlich world games winter games die gibt es ja alle aber sehen wir gleich äh chips challenge kenne ich tatsächlich nicht konfusion bring jede konfusion 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 bomber ist irgendwie eine komische äh komischer sprachmix in eine industrieanlage in 64 level zur explosion ahja also ein rätselspiel quasi ne äh donner durch 24 neue gefährliche strecken in 6 abschnitten überwinde hindernisse so ein bisschen sowas wie marvel madness oder was cyberdeen warrior du bist der letzte cyberdeen krieger finde druiden auf jedem der drei planeten und bringe sie zum satelliten spannend ne solche spiele gibt es auch viel ne also so wo wir in so 2d level einfach umher manövriert und irgendwie schießen könnte und ausweichen müsst destroyer äh da möchte ich mit euch auf jeden fall mal reinschauen da muss ich mir aber erstmal irgendwie die anleitungen zu gemüte führen ich hab das schon mal gestartet ich hab keine ahnung was man da machen muss und ehrlich gesagt man also es ist halt einfach so ne fiese grafik auch dass man einfach nix rafft everyone's a valley äh findet die kombination vom safe aha noch ein rätselspiel also mir fehlen da wirklich ganz ganz wichtige spiele ist ein bisschen schade giant assisters so zum beispiel aber ich kann mir vorstellen dass sie da ärger kriegen glaube ich giant assisters wurde übrigens giant assisters also wer es nicht kennt ist ein jump and run ist quasi ein super mario klon und ähm das ist von einem deutschen entwicklerstudio gewesen damals und äh super nintendo hatte dann damals die deutschen entwickler verklagt also giant assisters werden wir auf jeden fall mal spielen hier auf dem kanal ähm äh wurde verklagt und daraufhin mussten die das vom markt nehmen es gab aber mittlerweile dann genug raubkopien und äh die community fand dieses spiel einfach viel viel geiler als super mario äh von daher ähm ja ich hab eh nur raubkopien gespielt ich hab überhaupt nichts anderes oder sicherheitskopien wie man heute politisch korrekt sagen muss überhaupt nichts anderes gespielt zu diesem spiel möchte ich auch kurz ein wörtchen sagen es gab damals als ich ein kleiner junge war ähm äh im wienerwald kennt jemand im wienerwald noch eigentlich ein ziemlich geiles fast food restaurant eben aus österreich so eine kette die köstliche äh gegrillte hähnchen und ganz komische hamburger verkauft haben und da stand eben so ein daddelautomat wo man eine mark reinwerfen konnte und dann dieses das hieß glaube ich irgendwie anders Galencia Minion also das war so ein standard äh mit dem pacman automaten ähm ähm war äh ich glaube das space war das sogar space invaders kann das sein und da erinnere ich mich äh wie man dann immer auf den tasten irgendwie rum gehakt hat und es war so geil wenn du dann in die in die Highscore liste gekommen bist und man da darum ging es ja eh bei den meisten spielen tatsächlich damals äh äh es war ein äh der jagt nach nach Highscore ne so wie beim flipper automaten auch letzten endes äh grippleys day out aha kenn ich auch nicht gridrunner was ist das der gridrunner ist ein unglaublich mächtiges Raumschiff unglaublich mächtig ja sieht auch unglaublich mächtig aus es ist so großartig ahja das sieht aber wirklich interessant aus finde die sechs fehlenden Seiten aus dem magischen Buch von Heartland zerstöre die sechs dunklen Seiten die von dem gefürchteten Warlock Midan verfasst wurden also wenn ihr einen Wunsch habt oder wie gesagt wenn euch auch irgendein Spiel hier fehlt und ihr würdet es gerne auf B-Seiten Gaming sehen ich werde vielleicht mal einmal so einen Stream machen wo wir einfach mal in 3, 4, 10, 64 Games rein also keine Angst ich will jetzt nicht diesen Kanal fluten mit Retro Games aber ich möchte euch einfach diese Kiste so gern vorstellen weil ich das einfach eine unglaublich herzerwärmende Sache finde dass dieses Ding in dieser Form wieder gebaut wird Highway Encounter kenn ich auch nicht Stopp die Aliens Hover Bover aha keine Ahnung Impossible The Mission ist tatsächlich ein sehr erfolgreiches Spiel damals gewesen ähm ist das von Epix genau Epix Games wird dem einen oder anderen auch noch was sagen die haben unglaublich lange unglaublich viele geile Games rausgebracht und ähm äh ich habe Impossible The Mission zumindest in meiner Erinnerung damals nicht gespielt ich gebe hier noch Impossible The Mission 2 tatsächlich aus dem Jahre 1988 dann das ist von 1983 äh hier damit deutlich aufgebaut der Grafik ähm naja äh äh ja ist halt ein äh Rätselagentenspiel glaub ich ist also wenn ihr so best best of äh guckt von C64 Games ist Impossible Missions eigentlich immer dabei äh Impossible Missions Testo IO ähm Fähigkeit gegenüber teuflisch fremden Wesen ne also das ist wieder so ein klassisches Raumschiff-Side-Scroller-Baller- und Ausweichspiel Iridis Alpha steuer ein Gilby was auch immer ein Gilby ist Jumpman hier habt ihr wieder so eine Art Donkey Kong Spiel ja hier wieder so ein äh Spacemates-Klon also das ist wirklich sehr begrenzt es ist uns damals nicht aufgefallen als achtjähriger fällt einem das tatsächlich nicht auf dass man immer dieselben drei Spiele spielt das ist echt krass was das für eine Grafik ist ne aber ähm ja es gab tatsächlich auch schon Spiele die man selber auch so ein bisschen äh uneinsehnlich fand muss ich sagen damals aber es gab auch wirkliche äh Monty on the run du bist Monty, sammle Goldmüssen also was ich auf jeden Fall spielen möchte äh ist zum Beispiel Spion und Spion also Spy and Spy oder Spy vs Spy kennt man vielleicht aus den Heften das war auch im Multiplayer hat man das glaube ich gegeneinander gespielt das war ganz witzig also der C64 lebt eigentlich eh vom äh Couch Multiplayer sag ich mal ja KI ist natürlich immer immer Quatsch ne also ähm gibt es so ein Spiel das ist hier glaube ich auch nicht dabei heißt Arkon ähm ist so eine Art Schach so eine Art Fantasy Schach und ihr schlagt die Figuren nicht einfach wie beim Schach sondern wenn man dann eine Figur schlägt geht es dann in so eine Art Taktik-Gefecht wo man dann gegeneinander fightet so das hat unheimlich viel Spaß gemacht und das ist gegen die KI völlig witzlos ne auch diese Spiele California Games, World Games und so ähm kann man überhaupt nicht gegen die KI spielen geht überhaupt gar nicht ne aber wie gesagt wenn ihr eurem Vater oder eurem Onkel oder eurem Bruder oder wie auch immer von damals eine Freude machen wollt und für 80 Euro ist das Mini auch erschwinglich allerdings könnt ihr da eben keine zusätzlichen Spiele via USB-Stick ähm reinladen Paradoid habe ich jetzt auch schon ein paar Mal in Best-of-Videos gesehen ich habe mir natürlich vorher ein bisschen schlauer gemacht was es so für coole Games damals gab äh ich kenne es tatsächlich auch nicht jedenfalls erinnere ich mich nicht dran Pitstop kenne ich sehr wohl das haben wir viel gespielt war meiner Meinung nach auch so ein Spiel was regelmäßig abgestürzt ist ähm er so jetzt kommt mein Hund der schaut gerade vorbei hallo ähm Planet of Death ist glaube ich ein Text-Adventure also ein bisschen Kopfkino Psychedelia okay interessant äh du kannst nicht gewinnen ah ja okay du kannst aber auch nicht verlieren na das ist doch auch was nur genießen okay es gibt keinen Frust es gibt kein Töten nur Vergnügen na das äh da muss man doch mal reinschauen mach die Musik an schalte das Licht ein und gestalte dein eigenes Lichtspektakul drücke A auf der Tastatur um den Demo-Modus zu verlassen äh tut mir leid da bin ich jetzt gerade mal neugierig geworden ist es etwas wenn ich hier ist es geil oder aber Sound haben wir hier nicht muss ich jetzt A drücken oder ja jetzt aber ich kann hier jetzt Knopf aber man hört ja nichts naja man kann hier also ich drücke jedes Mal geil also ich drücke jetzt mal Feuerknopf dann passiert das ne halt mal gedrückt jetzt wow ja aber ohne Sound ist das irgendwie kacke aber äh ich sag mal so wenn ihr acht Jahre alt seid ja und äh wollt die Girls beeindrucken auf eurem Kindergeburtstag und äh ein bisschen Schmusestimmung machen hier macht man das überhaupt schon mit acht nicht ich glaube da ist man ein bisschen älter obwohl die Kids heutzutage machen das Wetter schon mit acht äh dann dann ist doch geil oder und dann läuft irgendwie noch äh die Laboom CD im Hintergrund oder Schallplatte war das damals ja interessant okay wir gehen aber trotzdem mal raus ja ähm Psychedelia ja äh na gut ist doch schön da hat sich vielleicht äh Winamp wer kennt Winamp noch Winamp vielleicht seine tollen Visuals abgeguckt Ranarama kenn ich auch nicht äh manchmal wurde in einem Frosch verwandelt er musste aus seinem Charakter mit dem bösen Zaubern und Kreaturen fliehen kann ich also in meiner Erinnerung jedenfalls nicht Robin in the Wood ist auch wieder so da denken wir auch so ach geil ein Robin Hood Spiel aber letzten Endes ist es auch wieder nur so ein so ein Piepel was rauf runter rechts links kann und schießen kann ne im Endeffekt genauso wie diese ganzen Raumschiff Sidescrawler und so Silicon Warrior Reise in das Jahr 2084 also tausend äh hundert Jahre voraus in der Zeit die das Rennen ja äh um die Vormachtstellung im Silicon Valley seinen Höhepunkt erreicht hat interessant ne da ging es ja grad los im Silicon Valley ne 84 ja schade auch dass äh Commodore ähm verschwunden ist ich fand das war eine echt äh coole Firma also jetzt zumindest von den von den Computern die sie gebaut haben aber die haben glaube ich irgendwie den ähm weiß gar nicht was das Problem war weiß das zufällig jemand und Speedball das Brutal Deluxe das schlechteste Team in der Geschichte geil ahja ok ist äh weder äh das ein oder zwei Spieler Game Knockout Game Liga Cup ok so ne Art Fantasy Fußball ne Spin Dizzy das ist so ein bisschen was wie Marvel Marvel Madness wer das kennt von so aus Amiga Zeiten Baseball geil find ich cool will ich mal reinschauen Basketball aha Summer Games ja und äh naja hier Motorradspiel Super Cycle hier wieder ein Epix Game Sword of Foggle scheint ein Rollenspiel zu sein ne sieht dann schon so ein bisschen aus wie Ultima im Endeffekt Temple of Abscheid Realty mhm kaufe die nötige Ausrüstung gehe ins Verlies und bereite dich auf Abenteuer vor entdecke und kämpfe dich zu einem verborgenen Schatz also können wir mal schreiben wir können auch im Stream mal so ein so ein Adventure hier spielen vielleicht auch mal ein Text Adventure ich hab noch nie ein Text Adventure gespielt ich hab als Kind äh wohl so Bücher gehabt die wie so ein Text Adventure waren kennt ihr die? wo dann äh wird so eine Szene beschrieben und dann steht dann so äh äh möchtest du den Weg nach links oder rechts gehen? wenn du nach links gehen willst äh lese auf Seite 83 weiter und gehst du nach rechts lese auf Seite 152 weiter oder so kennt ihr das? fand ich super spannend halt ja ich bin ja ein Einzelkind gewesen von daher und war ich auch mal ein bisschen zu nerdig für meine Kumpels manchmal und äh von daher habe ich viel mich alleine beschäftigen müssen das machen wir hier zum zum Abspannen hier vom Video um den äh Entwicklern hier von dem C64 also dem C64 ein bisschen Credits zu geben I think it bounces back mhm alter Goblins Computer davon ab böse Spiele zu produzieren hehehe geil Thing on a Spring Der böse Goblin bringt Verwüstung siehst du schon wieder ein böser Goblin Trailblazer Ovidium haben wir da so einen Sidescroller who dares wins zu Beginn mit einem automatischen Gewehr und 5 Granatenwaffel erkennst du dir einen Weg nach vorne ja sowas gab es dann auch noch wo man in so einem quasi 3D Raum ja äh ähm herumlaufen konnte bisschen wie G.I. Joe und so was ich auch gern mal spielen würde Winter Games geil großartig Winter Games hab ich geliebt World Games Winter Games Summer Games California Games einfach äh die coolsten Games würde ich auch heute noch einfach mit Kumpels mal irgendwie äh vorm Computer sitzen irgendwie sich einen trinken und äh da die Competition am Start haben es ging ja nur darum den anderen irgendwie zu besiegen und dann der Moment wo man auf dem Podest steht und die eigene Fahne hochgezogen wird mit der Nationalhymne äh einfach großartig Alicat Alicat na das ist wieder so ein Raumschiff Endsaison okay Anarchy ah ja hier sind wir Attack of the Mutant Camels da sind wir wieder Battle Valley Beer Bar wobei dann hier ist California Games da haben wir es da schauen wir mal rein ich glaube das geht jetzt tatsächlich nur im Singleplayer ah krasse Ladezeiten oder was das in echt natürlich länger ne also ich wäre jetzt denkst du oh die haben ja noch die originalen Ladezeiten drin neinание nein nein ich weiß der Atari ST hatte damals echt Ein verdammt guten Soundchip drin deswegen hat man auch noch lange damit Musik gemacht ne Ne, All Event machen wir, wir machen ein Event. Ah, geil. Player, Basti. Return. Burton, Epix, Orch-Pacific. Und eins klingt mein Telefon gerade. Ah, meine Freunde, geht an, sehr schön. Ah, ich mach mal einen kurzen Schnitt. So, da bin ich wieder, ja, es war der Bofrostmann, der angerufen hat und ich musste meine Bofrostbestellung aufgeben. Ja, in Zeiten der Krise bin ich zu Bofrost geweckt. Oh Mann, ich mach aber auch Werbung hier heute. Auch von Bofrost bekomm ich leider nichts. So, okay, ja, Player 2 seht ihr schon, lassen wir weg. Lassen wir weg, muss ich einfach Return drücken, wahrscheinlich nicht. Basti fährt Burton, natürlich, ich bin zu meinen aktiven Zeiten auch Burton gefahren, also Snowball. Is this correct? Yes. Okay, was nehmen wir denn? Halfpipe. Footback. Kennt ihr Footback? Wir haben das Hacky-Sack genannt. Da hält man so ein Hacky-Sack, muss man hochhalten. Das ist so ein Stoffsäckchen mit Reis, glaube ich, gefüllt und man kickt das einfach so mit dem Fuß immer nach oben. Surfing ist klar, also das Wellenreiten, Skating, müsste Rollschuhfahren sein oder so, denke ich mal. Ja, BMX, Flying Disc, ist klar, Frisbee, ne? Äh, du, 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 ich glaube, ich traue mir am ehesten noch Surfen zu. Ne, komm, wir fahren Halfpipe, ich bin doch so ein alter Skater hier. Äh, okay. Also ich weiß, einen Kickturn musste man mit links oder rechts machen und dann konnte man irgendwie einen Handplan auch machen. Das war eigentlich so der coolste Trick, den man so machen konnte. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Und der Sound ist doch genial. Ey, es ist, glaube ich, sogar nur ein 4-Bit-Sound, kann es sein. Oh, mein Hund macht wieder einen Blödsinn. Ich habe da meine Freundin gerade schreien, ne? Naja, das ist ein Gangster, ey. So. Ja. Ah, ich muss pushen. Runter, hoch, turn, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Und Kickturn, runter Hoch, Kickturn Yeah, was ist jetzt noch drauf, ey Oh, wir pushen jetzt mal Oh, scheiße Can't kickturn backwards Oh, da habe ich irgendwie den Stick falsch gedrückt Okay, nochmal Runter Oh, okay Aber in der Luft kann man nicht irgendwie ein R machen Handplan war, glaube ich, nach oben Und Feuerknopf drücken, ich probier's mal Ah, nein Wer kennt noch die Tricks von damals, Leute Das war's schon, man hat doch nur drei Versuche Wer kennt noch die Tricks Okay, wir machen das aber nochmal New Record, 1292 Augenkrebs Okay Hey, geil, echt Ach, da hätte ich so Bock, mal mit dem Kumpel hier wieder California Games zu zacken Wir machen das nochmal Yes Machen wir nochmal So Also die Kickturns sitzen ja, ne Handplan war, glaube ich, nach oben Oder muss man nur nach oben Als Timing war da halt voll wichtig Ne Mal wieder pushen Ah, dann falle ich hin Wird's nach rechts gemacht, ne Kann auch sein, dass man nach unten Machen muss Nee, auch nicht Scheiße Scheiße Komm, ach shit Jetzt hab ich gemühen Ei, 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 ei So Und pushen Komm schon Hey, da muss ich mal mit dem Tutorial angucken Ja, kacke Okay, wir machen nochmal eine andere Competition Wie war denn dieser scheiß Handplan irgendwie Den musste man dann ziemlich lange halten, kann ich mich noch erinnern Und dann loslassen Und dann Timing war da alles, ne Practice one event Okay, guck mal Footback müsste ich auch noch wissen, wie das geht Warte mal Ähm Also ich weiß, nach oben Dann sprang der so hoch Dann konnte man das mit dem Kopf Äh, hochkicken Den Ball So Zack Ah, ne Okay, warte Ah ja, okay So, beim Kopf Zack Nee Warum hüpft der denn da immer Ah ja, man muss Das ist auch wieder Timing-Sache Ne, man darf nicht zu früh Zack Man kann nämlich den Vogel auch abschießen Kennt ihr Heckisek Haben wir früher im Park Stundenlang gespielt Ah, man, warte mal Man kann sich umdrehen Ja, der Basti weiß es noch Wie krass Zack Und es gibt extra Punkte, ne So, nach unten dreht ihr euch um Zack So, dreht ihr euch um Ah, ja Ah, scheiße Das ist nicht einfach Habt ihr gesehen? Vogel abgeschossen So, wenn man Und der Trick Das coolste ist halt Ah Wenn man eine ganze Drehung schafft, ne Wir gucken uns nochmal eben die anderen Nein, machen wir nicht No Ey, schon ist, tut meine Hand wieder weh, ne Man hatte ja früher auch ständig irgendwelche kaputten Hände Weil man den Joystick immer so vergewaltigt hat Surfen Mal gucken, ob ich das nochmal kriege Beim Surfen ist immer wichtig, wenn man aus der Welle rausspringt Dass der Ausfallswinkel gleich dem Einfallswinkel ist Und der Trick ist dann natürlich Das um 180 Grad zu drehen, sozusagen, ne So Brutaler Sound, ey Guck mal jetzt so Ah, das siehst du Da war der Winkel nicht ganz gestimmt War auch ein schwerer Sprung Und ich war ein bisschen zu langsam Ich glaube, man muss erst mal so kleine Sprünge machen Ah, scheiße Alter Mann, ey Der hat's nicht mehr drauf Okay, nochmal Da muss man Ah, da muss man im Flow sein Das gibt's doch nicht Ja, die Wertung, genau So, gut Okay, nochmal Mal jetzt so Jawohl Aua Schwerer Sprung Ja, fast Ja, aber echt Absolut Der Vogel Und das war ein Spiel, was grafisch echt ein Knaller war damals, ne Na, 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 na Der erste Sprung muss ein flacher Ich glaube, man muss so zwei flacher Winkel springen Ah, war wieder so Ne, ist zu steil von Anfang Okay Na gut, wir gucken uns BMX nochmal an Na, ne, mach mal Ja, da werde ich hier mal Oh Oh, da Salz Oh, na ja, da muss man springen wahrscheinlich Ah, nee Warte mal Man kann dann lenken Ja genau, man muss so lenken Alter Und dann muss man natürlich im Flow sein. Ah ok, war nicht ganz so hektisch. Oh Gott, es ist gar glich alles ey. Damit hat man seine ganze Kindheit verbracht, das muss man sich nicht mehr vorstellen. Boah, guck mal auf dem Hinterrad. Ah ja genau, man kann dann auch so Jumps machen, irgendwie so ein 360 kann man springen. Ne, das ist so. Ja, ich muss gleich den Fallknopf zum Jumpen nehmen. Na ja, machst du so einen Bunny Hop? Ah scheiße. So, ein letztes Mal, komm. Boah, das ist echt mit diesen alten Joysticks auch. Ah ja genau, da kommt man noch zum Vorwärtssalter, Rückwärtssalter und so. Ne, machen wir aber nicht nochmal. Es sollte ja nur ein kleiner Einblick sein. Also, lass mir in den Kommentaren mal da, wenn er sagt, Basti, bist du wahnsinnig? So einen Schrott brauchen wir hier auf B-Seiten-Gaming nicht. Oder wenn er sagt, ach coole Sache, hat mich aber ein bisschen an meine Kindheit erinnert. Jetzt ist aber auch gut. Kann ich alles verstehen. Oder ihr habt Bock, mal einen Stream zu sehen und wir daddeln mal irgendein Scheiß-Game. Also, wie gesagt, Genesis, das ist voll geil. G.I. Joe ist, glaube ich, witzig. Zumindest habe ich das so in Erinnerung. Ja, mal gucken. Teacher Buster fand ich damals irgendwie geil. Aber das ist, glaube ich, sinnlos, wenn man nicht mehr zur Schule geht. Da konnte man, für die, die es nicht kennen, so Lehrernamen vergeben. Und dann ist man die ganze Zeit ein bisschen wie Freitag der 13. mit einer Axt und mit anderen Mordwaffen rumgelaufen und konnte halt seine Lehrer dann irgendwie zerschnetzeln. Das war immer ganz schön zur Aggressionsbewältigung, wenn man nach dem Scheiß-Schultag irgendwie heimkam und irgendwie eine Arbeit verkackt hat oder so. Okay, Lieben, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ja, vielleicht sagt der ein oder andere, ach, ist ja echt toll, mein Vater, der hat davon erzählt, vielleicht schenken wir ihm das mal zum Geburtstag oder so, weil ich glaube, da kann man, ja, alte Männerherzen eine kleine Freude bereiten und sie nochmal zurück in die Kindheit bringen. In diesem Sinne. Ach, warte mal, wir wollten doch hier diesen hier machen zum Abspannen. Na, wo ist es denn jetzt? Komm, es ist alles hier nicht gut organisiert. Da. Da können wir den Entwicklern hier für diese tolle Arbeit nochmal ein bisschen Cradles geben. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich bin der Basti, ich bin hier raus und ja, am Wochenende gibt es, glaube ich, wieder einen Stream und dann geht es auch mit normalem Programm hier auf meinem Kanal weiter. Ciao, ciao. up up Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020